Top Top 11.582 Anzeige Neu 7.498 Anzeige 8. Oktober 2017 091 8 2055 Eineinhalb Jahre nach seinem dramatischen Sturz aus 6 Metern Höhe hat sich Paul Van Dyke gut erholt, aber mit vollem Körpereinsatz dabei während eines Auftritts stieg der DJ auf das Podium und stürzte in die Tiefe. Berlin Er ist ein Starr in der DJ-Szene. Weltweit füllt er Clubs und Arenen. Doch wie schnell das Leben sich ändern kann, musste der 45-jährige Paul Van Dyke am eigenen Leib erfahren. Der gebürtige Brandenburger stürzte nach einem Auftritt in den Niederlanden auf 6 Metern Höhe und verletzte sich dabei schwer. Der AG24 berichtete er erlitt einen doppelten Bruch der Wirbelsäule und ein Schädel-Hirn-Trauma. Er fiel sogar ins Koma. Die ersten Prognosen der Ärzte ließen damals das Schlimmste vermuten. Die Tatsache, dass ich noch am Leben bin, ist ein Wunder. Der Arzt sagte, auch ich bin ein Wunder, meine Selbstheilungsfähigkeit ist etwas, was er noch nie zuvor gesehen hat, so der DJ damals. Doch eineinhalb Jahre nach seinem schweren Unfall wird der Eisenhütenstädter bis an sein Lebensende mit den Folgen zu kämpfen haben. Er genießt es wieder auf der großen Bühne zu stehen, Paul Van Dyke beim Nature One Techno Festival in Rheinland-Pfalz. Als ich aus dem Koma erwachte, habe ich grundsartige Laute von mir gegeben, wie meine Frau mir mitteilte. Alles, was einen an Persönlichkeit auszeichnet, war nicht mehr da. Die Prognose war eher, dass ich mich weder daran erinnern kann, wer ich bin, noch wer meine Frau oder Mutter sind. Gott sei Dank ist es nicht so weit gekommen, beschreibt der 45-Jährige seine schwere Zeit in einem Gespräch mit der Bild-Zeitung. Der deutsche Stadiot kämpfte sich zurück ins Leben und erholte sich rasch, doch wird er wohl immer mit permanenten Rückenschmerzen leben müssen. In den nächsten 35 Jahren werden die Folgeschäden nicht mehr so akut in Erscheinung treten. Ich werde mich an den Schmerz gewöhnen, erklärt er demütig. Wenn du nicht weißt, ob du je wieder laufen kannst, wenn man als Musiker nicht mehr weiß, ob man noch ein Fünkchen Kreativität in sich trägt, dann sind das Sachen, die einen prägen, ergänzt Paul Van Dyke. Nach seinem Horrorsturz weiß der Brandenburger das Leben und vor allem die kleinen Dinge zu schätzen. Wenn man jetzt in den Supermarkt geht, dann sind das auf einmal Ereignisse, die man würdigen kann. Fotos DPRW bei WhatsApp 0160 24 24 24 099 99 97 und 60 243 Anzeige 999 721 619 299 97 und 95 250 483 665 1 200 2 996 1 152 7 Sigourgeheim 2ントüren Von simulazioneный der Regionen und überlegen, begrüßt pH 1762 Mrd5 40 547 1 100 2 277 0900 27 27 2167 4 984 1 104 4 43 24 34 2597 1 1143 806 1 100 2 261 1 120 20 4 99 9 100 3 100 1 17 7 5 5 45 437, 2281, 1015, 35738, 52212, 11960, 297, 1568, 12370, 3787, 6627, 920, 9515, 2830, 12206, Update 12635, Update 39344, 7402, 2355, 7635.